während sie am bach entlang weiter gingen grübelte lauscher darüber nach ob das stimmte was er eben gesagt hatte war die geschichte giesers wirklich abgeschlossen und vorbei gingen die geschichten von menschen überhaupt jemals zu ende dann hätte es gieser gleichgültig sein können was für ein bann über ihrem grab wurzeln trieb er selbst würde jedenfalls diese geschichte niemals aus seinem gedächtnis löschen können sie war ein faden im gewebe seines eigenen lebens den man nicht mehr herauslösen konnte ohne das ganze gewebe zu zerstören je länger er darüber nachdachte desto tiefer geriet er in die angst daß er sich nie aus dieser verstrickung würde befreien können denkt nicht mehr dran arnilukas worte rissen ihn aus seinen gedanken sie schaute ihn von der seite an hatte ihn wohl auch schon länger beobachtet es tat ihm wohl dieses kind neben sich zu haben dessen augen seinem stein glichen sie wärmten ihm das herz als trüge er den stein noch auf der brust am nächsten morgen weigerte sich arnilukas entschieden noch einmal über das joch zu reiten und nach allem was am rand des schauerwaldes geschehen war konnte man ihr das nicht verdenken lausche hatte zudem den verdacht daß sie es auch ihm ersparen wollte zum grab dieses seltsamen wolfes zurückzukehren zum dank dafür ergriff er ihre partei und sagte daß er gern einen anderen weg zurück reiten würde um das unterland von arziak kennenzulernen da blieb romezzo schon aus höflichkeit nichts anderes übrig als nachzugeben der weg durch das tal ist allerdings etwas länger sagte er und zudem nicht ungefährlich wir müssen durch eine enge klamm reiten in der man leicht einen stein auf den schädel bekommen kann wenn dir das lieber ist als der weg über den schauerwald mir soll's recht sein lauscher wollte es riskieren zumal er merkte daß arni lukas nichts dagegen einzuwenden hatte vermutlich war sie schon zufrieden daß sie in der nähe des bachs bleiben konnte durch welche klüfte er auch fließen mochte lauscher war sogar geneigt zu glauben daß sie dort wirklich nichts zustoßen konnte sie ritten also talabwärts über die wiesen bis sie auch in dieser richtung wieder auf wald stießen an dieser stelle begann der bach sich tief in den felsigen grund einzusägen und stürzte in einer folge von schäumenden kaskaden hinunter in eine schlucht man sah von oben einen schmalen pfad der in vielen kehren an einer einigermaßen gangbaren stelle des fangs bis hinunter in den grund führte wenn er allein gewesen wäre hätte lauscher wahrscheinlich den plan aufgegeben ein pferd über diesen weg hinunter zu führen promezzo der sicher nicht zum ersten mal hier war sprang aus dem sattel und begann wortlos den abstieg arni lucca folgte ihm ohne zögern mit ihrem pony und so mußte lauscher wohl oder übel hinter drein klettern von einigen ausgesetzten stellen über steil abfallende felsen abgesehen war der part sicherer als er von oben gesehen gewirkt hatte und es dauerte nicht lange bis er den grund erreichte zunächst konnte lauscher überhaupt nicht herausfinden wo es hier weitergehen sollte auf allen seiten ragten rötliche felswände turmhoch empor und ließen nur einen schmalen streifen des blauen himmels frei das übereinander stürzende wasser brauste mit solchen getöse durch die ausgewaschenen höhlungen daß man kaum sein eigenes wort verstehen konnte arni lucca bekam wieder ihren ängstlichen blick und auch den pferden schien der aufenthalt in dieser tosenden enge nicht zu behagen sie tänzelten nervös und verdrehten die augen bis man das weiße sehen konnte promezzo versuchte sein pferd zu beruhigen und führte es am zügel auf einem sandigen streifen am bach entlang weiter gleich darauf war er hinter einer überhängenden felswand verschwunden lauscher ließ dem mädchen wieder den vortritt und folgte als letzter nach kurzer zeit war er taub vom rauschen des wassers und vom poltern der rollsteine die klamm schien sich immer tiefer ins gebirge zu schneiden und zuweilen traten die wände so dicht zusammen dass kaum noch licht von oben herein fiel hier geriet lauschers pferd fast in panik er mußte es am kopfriemen packen damit es sich nicht los riß so gingen sie etwa eine stunde manchmal auf dem schmalen uferstreifen manchmal auch durch seichtes wasser lauscher hatte das beklemmende gefühl immer tiefer in eine höhle hinein zu geraten aus deren dämmeriger düsternis es keinen ausweg gab auch promezzo schien sich hier nicht sonderlich wohl zu fühlen und warf von zeit zu zeit einen blick nach oben als erwarte er im nächsten augenblick einen steinschlag arni lucca schaute die meiste zeit in das strudelnde wasser das war hier wo jeder ausblick ins freie durch schroffe felswände verwehrt war wohl ihr einziger trost endlich traten die felsen nach und nach auseinander und gaben nach einer letzten wiegung den blick auf bewaldete höhen und smaragdgrüne wiesen hänge frei promezzo deutete nach oben und rief das tal von arziak man konnte seiner stimme die erleichterung anhören daß er mit heiler haut aus der klamm herausgekommen war zu mittag aßen sie in einem dorfgasthaus aber sie mußten noch bis in die nacht hinein tal aufwärts reiten bis sie wieder nach hause kamen in dieser nacht segelte wieder der grünäugige falke durch lauschers träume doch diesmal ließ er sich greifen lauscher strich ihm mit der hand über den hals und rücken und unter seinen fingern verwandelte sich das kühle glatte gefieder in warme haut wann kommst du endlich zurück lauscher sagte narzia und legte ihm ihre arme um den hals weißt du nicht daß ich auf dich warte er wollte ihren mund küssen aber ehe er ihn erreichte schlugen ihm harte schwungfedern ins gesicht der falke entglitt seinen händen und flog auf eine zeit lang sah er ihn noch über sich kreisen dann strich der vogel nach osten ab wurde kleiner und kleiner ein dunkler punkt am himmel den er gleich darauf aus den augen verlor und nicht mehr wiederfinden konnte dieses traumbild stand ihm noch deutlich vor augen als er aufwachte und er beschloss noch an diesem tag aufzubrechen es war früh am morgen durch das fenster floss fahles dämmerlicht ins zimmer und breitete sich wie blasser nebel auf dem teppich aus lauscher sprang aus dem bett zog sich rasch an und ging hinunter ins haus auf der treppe fiel ihm ein dass ein auftrag noch unerledigt war das schmuckstück um das narzia ihn gebeten hatte aber diese sorge wurde ihm gleich darauf abgenommen unten in der stube traf er prometzo an der offenbar ein frühaufsteher war und schon bei seiner morgenmilch saß lauscher sagte ihm dass er noch heute über den pass zu arnis leuten reiten wolle auf einen tag mehr oder weniger wird es dir wohl nicht ankommen sagte prometzo wenn du schon mein bote sein willst dann musst du noch etwas mitnehmen die goldschmiede von arz jak haben vorgeschlagen dass du aus jeder werkstatt ein schmuckstück aussuchen sollst damit du bei arnis leuten etwas vorzuweisen hast ihre händler sollen sehen was es bei uns einzukaufen gibt dafür werden wir wohl den heutigen tag brauchen denn es gibt hier viele goldschmiede und sie haben allesamt während des winters fleißig gearbeitet lauscher hatte schon oft die kunstfertigkeit der handwerksmeister im gebirge rümen hören und auf dem jahrmarkt auch beispiele davon bewundert was er jedoch an diesem tag zu sehen bekam übertraf alle seine erwartungen während er mit prometzo von werkstatt zu werkstatt ging begann er auch zu begreifen warum er von jedem meister ein stück mitnehmen sollte denn jeder von ihnen betrieb einen besonderen zweig seiner kunst der eine verstand goldene ketten herzustellen deren haarfeine glieder so kunstreich ineinander verschlungen waren daß man meinte einen massiven goldring vor sich liegen zu sehen bis man das gebilde in die hand nahm und fühlen konnte wie es sich schlangengleich in jede falte der haut schmiegte ein anderer schmiedete gürtelschnallen aus silber in die feingesponnenes rankenwerk aus goldenem draht eingehämmert war der nächste verfertigte goldene zierknöpfe und beschläge für das zaumzeug von pferden dann gab es einen der fingerringe bog schmale und breite glatte und punzierte manche davon mit prächtig gefassten edlen steinen überall suchte sich lausche ein stück heraus von dem er meinte daß es bei arnis leuten anklang finden würde und wenn er anfangs gezögert hatte nach einem besonders wertvollen schmuck zu greifen so merkte er bald daß die goldschmiede stolz darauf waren wenn er das nach ihrer meinung gelungenste stück wählte so kamen sie schließlich auch zu einem meister der sich auf die gestaltung von gewandfiebeln verlegt hatte die er mit allerlei tierfiguren verzierte hirschen mit weit zurückgeschwungenem geweih steinböcken deren gehörn einen bogen vom kopf bis zum stummelschwanz des tieres schlug breit geflügelten adlern und anderen greifvögeln darunter befand sich auch ein auffliegender falke dem als auge ein moosgrün funkelnder smaragd von beträchtlicher größe eingesetzt war sobald er diese fiebel sah wußte lauscher was er nazia mitbringen würde als er den fast fingerlangen vogel in die hand nahm sagte der goldschmied du hast gut gewählt seit jahren ist mir kein werkstück so gut geglückt wie dieser falke möge er dir und uns allen glück bringen du sprichst aus was ich eben gedacht habe sagte lauscher und fragte sich ob der meister in seinen augen hatte lesen können wem er diese fiebel zugedacht hatte jetzt da er sie bei sich trug wäre er am liebsten gleich losgeritten um nazias augen zu sehen wenn sie den goldenen falken aus seiner rehledernen umhüllung zog aber dafür war es an diesem tag zu spät wenn er die nacht nicht schutzlos im gebirge verbringen wollte über den betrachten und auswählen der kostbarkeiten waren tatsächlich der ganze vormittag und noch ein teil des nachmittags vergangen am abend dankte lauscher der frau des erzmeisters für ihre gastfreundschaft und wollte sich zugleich von ihr verabschieden da er nicht wußte ob er bei seinem frühen aufbruch gelegenheit dazu haben würde damit eilt es nicht sagte acker wenn du erlaubst werde ich dich morgen noch ein stück begleiten ich muß mit zwei knechten zu urlas hütte reiten um dort nach dem rechten zu sehen zwar wohnt niemand mehr in dem haus seit urla gestorben ist aber es soll nicht verfallen damit ihr andenken erhalten bleibt so brauchte lauscher am nächsten morgen nicht allein durch den frühen nebeltal aufwärts zu reiten an seiner seite trabte acker auf einem kräftigen maultier und auch ihre knechte waren auf gleiche weise beritten da diesen schmalhufigen tieren das steigen im gebirge leichter fiel als den schwerer gebauten pferden die bei den bergdachsen gehalten wurden arnie lucca blieb mit ihrem vater bei der haustür zurück als die kleine kavalkade über den marktplatz trabte und rief lauscher nach komm bald wieder wenn du mich zu lange warten lässt suche ich dich bei arnies leuten du hast dir viel freude gemacht mit deinen liedern sagte acker als sie an den letzten häusern von arziak vorüber ritten und auch ich habe noch nie einen flöter gehört der so zu spielen versteht wie du mein vater erzählte mir einmal dass er in seiner jugend einen freund gehabt habe der auch ein solcher meister auf der flöte war ich stelle mir vor dass er auf ähnliche weise gespielt haben muss wie du das kann schon sein sagte lauscher dieser mann war mein großvater man nannte ihn den sanften flöter und ich bin bei ihm in die leere gegangen dann war es kein zufall dass ich an ihn denken musste als ich dir zuhörte sagte acker weißt du dass du große macht über die menschen gewinnst wenn du flötest lauscher blickte sie an hatte sie sein spiel durchschaut ihre augen waren auf ihn gerichtet als versuche sie zu erkunden was hinter seiner stirn vorging ich versuche mein bestes zu geben sagte er ausweichend daran zweifle ich nicht sagte sie du solltest dir aber bewusst sein was du damit bewirken kannst mein vater hat sonderbare geschichten von diesem sanften flöter erzählt er war sicher ein kluger mann sagte lauscher aber zaubern konnte er nicht jetzt redest du wie mein mann sagte acker das wundert mich warum wundert dich das sagte lauscher hältst du jeden für einen zauberkünstler der ein bisschen musik zu machen versteht mein großvater hat mich einmal ziemlich scharf zurecht gewesen als ich etwas dergleichen von ihm erwartete das wollte ich damit auch nicht sagen antwortete acker aber er war wohl kein mensch der sich nur auf seine eigene klugheit verlässt damit mochte acker recht haben dachte lauscher aber er fragte sich auch wohin man geraten mochte wenn man an der verlässlichkeit seines eigenen verstandes zu zweifeln begann wonach sollte man sich richten wenn nirgends eine greifbare wegmarke den horizont in messbare abschnitte gliederte das würde sein als ritte man ohne weg und ziel über die grenzenlose steppe und selbst dort gab es ja noch das ewig kreisende muster der gestirne das dem kundigen die richtung wies wenn er bereit war sich den gesetzen ihrer bewegung anzuvertrauen was aber wenn diese lichtpunkte einmal ihre geregelte bahn verlassen sollten wer sagte einem daß sie dies nicht längst getan hatten ohne daß man es hätte merken können lauscher wurde bewusst daß er in ackers augen starrte dieses schwer zu beschreibende farbenspiel zwischen blau grün und violett in dem er sich schon so oft verloren hatte du bist gar nicht so sicher wie du zu sein vorgibst sagte sie lächelnd und es schien ihm als sei sie zufrieden mit dieser feststellung er wendete seinen blick ab und tat so als müsse er am riemenzeug seines pferdes etwas in ordnung bringen diese frauen aus olas sippe können einen in ziemliche verwirrung bringen dachte er unter ihren blicken schien sich alles als trügerisch zu erweisen worauf er sich bisher verlassen hatte aber er fühlte sich dennoch nicht verloren wenn er auch nicht begreifen konnte worauf sich dieses wärmende vertrauen stützte das er empfand so war es alles in allem ein angenehmes reiten in ackers gesellschaft die beiden knechte waren ein stück hinter ihnen zurückgeblieben promezzo hatte sie wohl vor allem zum schutz seiner frau mitgeschickt jedenfalls war jeder von ihnen mit einem kurzschwert und einem jagdbogen bewaffnet sie genossen den ritt wie einen freigegebenen tag schwatzten und lachten und schienen sich kaum sorgen zu machen daß ihrer herren etwas geschehen könne obwohl sie mittlerweile schon an der eisenschmelzerei vorüber waren und den steilen weg durch den wald zum pass hinauf ritten bald hatten sie die höhe hinter sich und sahen voraus im felsenmeer der zerklüfteten hochfläche das grabmal der beutereiter aufragen wenn arnis leute künftig hier über den pass ziehen sagte lauscher wird mancher von ihnen seinen toten vorfahren grüßen können acker blickte ihn überrascht an und sagte woher weißt du was dies für ein mal ist warst du schon einmal hier lauscher merkte daß er sich beinahe verraten hätte und biss sich auf die lippen ich kenne die geschichte urlas sagte er dann ricka hat sie mir erzählt ich hoffe daß auch arnis leute urlas geschichte nicht vergessen haben sagte acker das haben sie bestimmt nicht sagte lauscher das kann ich dir beweisen er zog eine der silbermünzen aus dem beutel und zeigte acker das geprägte bild von urlas kopf mit diesem geld pflegen arnis leute zu bezahlen sagte er der reiter auf der anderen seite soll deinen vater darstellen acker bat sich die münze aus um sie genau zu betrachten und lauscher schenkte sie ihr als sie zu urlas hütte kamen hatte die sonne schon ihren höchsten stand überschritten ich hoffe du isst noch etwas mit uns ehe du weiter reitest sagte acker von hier aus ist es nicht mehr weit bis zu arnis haus wenn auch seit jahren niemand mehr diesen weg gegangen ist lauscher wußte es besser aber er schwieg nachdem sie abgestiegen waren und ihre reittiere angebunden hatten öffnete acker die haustür und sagte zu lauscher komm herein und sei mein gast unwillkürlich spähte lauscher nach dem falken aus der ihn wenige tage zuvor in die hütte gescheucht hatte aber der himmel war leer so trat er diesmal etwas weniger hastig ein und sogleich atmete er wieder den duft von kiefernholz und kräutern und all jenen dingen mit denen orla ihre tage verbracht hatte acker bat ihn an den runden tisch und begann am herd zu hantieren ich kann dir in kurzer zeit zwar kein festmahl bieten sagte sie aber du sollst nicht hungrig in das dorf von arnis leuten reiten inzwischen waren auch die beiden knechte nachgekommen acker ging zu ihnen hinaus wies ihnen irgendeine arbeit an und kehrte dann mit einer packtasche zurück aus der sie allerlei nahrhafte dinge zutage förderte ein stück fleisch gemüse und zwiebeln käse brot und einen krug milch das feuer im herd war mittlerweile in gang gekommen und bald mischte sich in den angestammten geruch der stube der duft einer kräftigen suppe auf ähnliche weise mochte auch orla ihre gäste bewirtet haben acker sprach die ganze zeit über nichts von belang so daß lauscher sich fragte ob sie sich auch unter den gegebenen umständen an den brauch hielt den gast nicht mit schwerwiegenden gesprächen zu belasten bevor er satt ist als sie das essen bereitet hatte rief sie die beiden knechte herein die ihre hände an der hose abwischten und sich umständlich an den tisch setzten sie gingen dann auch gleich wieder hinaus an ihre arbeit nachdem sie schweigend ihre suppe gelöffelt hatten auch lauscher stand vom tisch auf und sagte ich muss jetzt wohl reiten wenn ich noch bei tag mein ziel erreichen will du kannst es wohl kaum erwarten zu diesen leuten arnis zu kommen sagte acker aus deinen augen spricht nichts als ungeduld als hättest du ein mädchen das dort auf dich wartet sie lächelte auf eine schwer deutbare weise und das machte ihn noch unsicherer als er ihr gegenüber schon ohnehin war wußte sie mehr über ihn als sie zu erkennen gab wenn dies der fall sein sollte dann schien sie sein hinterlistiges spiel amüsiert zu haben aber vielleicht hatte sie auch nur so dahin geredet um ihn ein bisschen in verlegenheit zu bringen und das war ihr offensichtlich auch gelungen er beschloss auf ihre anspielung nicht einzugehen und dankte ihr noch einmal für die gastfreundschaft ehe er sich verabschiedete sie ging noch mit ihm vor die tür und zeigte ihm den weg auf dem er zu arnys hütte kommen würde das letzte stück ist ziemlich steil sagte sie dort wirst du absteigen müssen lauscher zeigte nicht daß er dies schon wußte mach dir keine sorgen sagte er ich bin schlechte wege gewohnt es gibt schlechte wege an die du dich nicht gewöhnen solltest sagte acker und die art wie sie ihn dabei ansah trieb lauscher das blut ins gesicht er stieg rasch auf sein pferd grüßte noch einmal mit erhobener hand und trabte über den wiesengrund nach osten ein 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 ein